Wir brauchen mehr Polizei. Wir brauchen aber auch insgesamt eine bessere Ausrüstung unserer Sicherheitskräfte. Ich bin für härtere Strafen bei tätlichen Angriffen auf die Polizei und unsere Rettungskräfte. Wir müssen mit aller Härte des Rechtsstaates gegen terroristische Bedrohung vorgehen. Der Bürger hat ein elementares Recht auf Sicherheit, denn Sicherheit ist wichtig für ein Leben in Freiheit. Erwin Rödl für Sie in den Bundestag. Am 24. September Ihre Erststimme im Wahlkreis Neuwied Alpenkirchen für Erwin Rödl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017